Okay, das ist dann auch wieder ein Punkt. Es gibt kein Killcam mehr. Danke. Dankeschön für die Blumen. Hi Leute, Mike will hier von Astro Gamer Runde Battlefield 4 wieder. Diesmal aber auf einen Hardcore-Server. Das heißt, wir sterben wahrscheinlich um einige schneller. So wie der Typ da. Welche Richtung muss ich denn? In die Richtung muss ich. Ja, wir haben kein Fadenkreuz mehr, wir haben kein Minimap mehr, wir haben kein Feind-Tagging mehr da. Und nur besorgen die, was man jetzt aber auf die Schmühle in der FN-Täne fangen kann. Alter, Alter. Oh, Alter Schwinde! Oh, fuck! Oh, fuck! Aber ich hab noch Minimap mehr! Hahaha! Ja, äh, Hardcore-Server sind eben ausgezeichnete. Das fehlen einiger Attribute und... Fick dich! Ja, naja, nicht und fick dich, sondern... Oh, fuck! Und Friendly Fire ist auch an, also da muss man auch extrem aufpassen, dass man da die eigene Leute aufknallt. Ja, ja, da jetzt bei dem Eingang warten ist natürlich auch scheiße, wenn wir so viele Leute fahren, weil... Da fragt man nur viel schneller. Oh, wow, wow, wow! Entschuldigung! Entschuldigung! Hoffentlich hab ich den nicht getroffen. Gut! Ähm... Blinder eine schießen können sie nicht. Ah, nix! Au! What the fuck! Wo? Okay! Äh, das ist dann auch wieder ein Punkt. Äh, es gibt kein Killcam mehr. Ah! Danke! Dankeschön! Für die Blumen! Oh! Ah! Nein! Scheiße! Dammit! Wie steht's? 5 1 Achso, weil wir wieder beliebt waren Genau Wozu, Hölle? Jawohl So tut das funktionieren Ah, jetzt lasst es mir doch mal kurz vorbei, bitte Danke Au, ficken Und jetzt renne ich ihn wieder in die Achso, ich bin team gekillt worden Oh, okay Passi, ich taug gerade an Ups Au, fuck Na ja Dann lauf nicht in meine Granate Ja, fick dich, dann wirf's halt nicht Warte Warte Dann lauf diese meine Granate So, ähm Ah Das ist doch nicht wahr Ja, 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 danke fürs Wiederbeleben Nein Nein So War ja gerade noch, aber nicht Oh, fuck Ich bin der Dürmützelt worden Ja, man stirbt um einige, aber ich habe auch schon einige umgebracht Also Manchmal ist es gut, manchmal ist es einfach beschissen Gut, die Leute Am, 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 am Squad-Befehle Gibt es, gibt da einen am Squad-Befehle oder so? Achtung, Kürzungsstil Charlie wurde neutralisiert Der Kommando ist online Der Kommando ist online? Was? Okay Oh, fuck! Mit der Schrotze weggeschrotzt, ey Gibt's doch nicht Hey man, gibt's schon, aber Ich schon wissen So, die, die wird wieder hergenommen von, nicht uns Er hat gerade Einsatzstil Charlie verloren Oh, fuck! Ich hab ihn erwischt Ach, die Kills hat der schon gehabt Ah, die haben wir aufgehalten Die wieder schon wieder hergenommen Ach du Scheiße, da geht's ab, ey Ah, ich nehm aber das mal Versorger Da haben wir nämlich ein bisschen mehr Munition Oh, kacke Was sind unsere? Oh! 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 Matthew Ah, der ist ja Ah, schlecht 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 Nein, auch so schlecht sind wir nicht 12, 6 finde ich, es hat es nicht so wirklich Mies, aber... Oh, da kommen wir uns. Okay, wo sind's? Haben sie die gerade gegenseitig getötet? Ja, ha, ha, stirbt! Na ja, soviel dazu. Ja, wir sterben da ziemlich oft und viel und gerne. Und jetzt laufe ich aber eher nochmal hinter, ja. Wäre nämlich ziemlich gut drauf, wie sie da. So, da rein. Okay, wo sind denn die? Shit, ey. Da rennt der HZ-Type. Die Punkte, holen wir sie! Ah, ha, 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 ha! Wir haben gerade einsatzstil Alpha neutralisiert. Kann man einen Befehl auffordern? Befehl kann man auffordern. Jo, wie es passt. Okay. Ein bisschen Konzentration da jetzt. Gut, 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 gut. So, geht da drüber. Okay, du bist mir weiter nach vorne, dass mir, mir mal was hier. Okay, nur noch mal, nur noch. Hey, du bist nicht mehr aus, gerade. Wo zur Hölle, Sante? Gut, das brennt sich leider eh nix. Schauen wir mal von einer Seite, was wir da können. Oh, das können wir jetzt auch alle direkt vor der Schusslinie, das ist nicht gut. Wollen wir mal da runter schauen. Oh, shit. Bleiben wir mal da ein bisschen. Dass ich lang kann, wenn ich hierhin schmerzen werde. Wow, da geht's vielleicht ab, ey. Na komm schon. Ja, genau, jetzt stößt dich du wieder da vorne. Oh, fuck. Oh, fuck, weg, 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 weg. Ja, schauen wir mal wieder mal rauf. Oh, fuck. Aber ich muss sagen, für einen Hautkurshörber sind wir nicht einmal so schlecht. Das muss ich nicht einmal das halten können, irgendwie. Danke. Oh, das war er, genau. Oh, das war euer Fend. Ja, super, das ist ganz geil, oder? Scheiße, 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 scheiße. Also, evakuierungsbefehl, okay? Ach, so, das ist da, da. Schauen wir mal da aus. Gehen wir mal von außen an, äh, nochmal nach kleiner. Ah ja, genau, man sieht, äh, nicht, wie es mit der Munition und so weiter ausschaut. Also, äh, dementsprechend muss man ein bisschen mitdenken, wie viel, wie viel Kugeln hat man jetzt so weiter drin, wie groß ist das Magazin, was ist das, war auch. Oh, so weiter. Ah, doch, das hat sich eh schon wieder vorher im Werken, ey. Da drüben natürlich eine... Feinde. Oh, fuck! Shitibum-Bum, echt. Da ist dann der Purzelpender. Also, äh, an Kreativität lassen die Daumen echt nichts zu wünschen übrig. Was sind so viele Laserpointer? Alter! Ich komme hier nicht mehr weg! Alter! Einsatz für den Brau wurde gerade neutralisiert. Jawohl! Analyse, Schlafschuh wurde gerade abgeworfen. Und hier ist es, Einsatz für den Brau wird jetzt unter Unterkontrolle. Aber gut geht! Da muss ich wieder ein bisschen zurückziehen wieder, weil ich nämlich voll verletzt bin. Ah ja, und ich glaube, dass die... die Verletzungen, die wir... zurückgehen, also das heißt, wenn wir mal getroffen waren, ist dann... dann bleibt man getroffen und verletzt. Ja... Ah, jetzt läuft mir wieder einer rein. Das habe ich nämlich schon mal gehabt. Äh, war ich nämlich auf einem anderen Hardware-Server. Und einfach mal so zum Austesten. Und... habe ich eben nicht gewusst, dass das Friendly Fire on ist, ja? Und... Ja... Ahaha! Da kann ich zehn Minuten nicht dauern, bin ich gekickt worden. Ahaha! So kann es natürlich auch gehen, ja? Ah, ist er noch rausgepft! Oh, geh weg da! Sorry, sorry! Wir haben Einsatzziel Bravo noch qualifiziert! Äh... Äh... Ähm... Na, gut! Nee! Nee! Verdammt! Team! Äh, sorry! Nein, nee! Punish! Nee, Punish! Bitte nicht! Wir haben Einsatzziel Bravo noch! Das hast du meistens so... So, ich werde... Ich werde mal... ...mal mal getötet oder so. Ja, tut mir ja latsch! Meine Fresse! Es ist ja doch... Kann man ja auch nichts machen. Da außen, außen... Vergiss es! Nee, außen gehe ich nicht mehr lang. Aber wenn da schon alle voneinander stehen, dann... Ich te... Ich habe gerade das falsche Netzwerken abgelegt. Okay, ich verpiss mich da jetzt mal. Warte, die Aude. Au, fuck! Wieso bin ich jetzt nicht... Wieso bin ich jetzt nicht... ...manischt werden? Was sind denn der Scheiß? Ah, so ein Dreck! Ich habe nicht mehr was gemacht! Für was wird man da bestraft? Wollen wir mal... Was ist das? Ich habe nicht mehr... Ich habe nicht mehr... Ich habe nicht mehr... WTF? Wie kommt man denn da rüber? Am besten. Dort unten durch? Ah fuck, ok, da stand's. Shit. 24h11, nicht einmal so schlecht. Hoffentlich eher einen Booster wie noch. So weit ich weiß. Oh! Nekta! Jawoll! Oh fuck! Von Hard P, ja ganz toll. Ja, es kommt Feuer, aber ich reg mich auch nicht auf. Weil es ist einfach sinnlos. Wenn man sich drüber aufregt bei einem Hardcore Server, dass man, uuuuuh, wenn man Silver Battle Pack kriegt. Ist ja geil. Okay. Aber wir laufen da gleich mit dort auf. Und der Gegner? Nee. Wir nehmen es auch nicht ein. Sondern wir räumen von hinten auf. Au. Okay. Nee. Ah! Nein! Wieso? Nein! Von Heinrich. So. Nein! Jetzt haben sie das hinten. Oh, aber wenigstens haben wir jetzt ein Zeh wieder. Wir haben Zeh wieder, Mama! Au! 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 Okay, der Durchgang ist echt geil. Okay, das sind ja schon unsere. Wir müssen von dort auf für die ganzen Gegner kommen oder? Oh nein! Äh, 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 andere Richtung! Andere Richtung! Ich bin jetzt von dort. Oh, was ist da? Oh, du warst einer? Äh... Und is er? die lille schon mal schlecht ronau normal kam ja aber ich hätte noch versorgt also blüder weiter zu sich mal was Wuuu Was ist er? Ah! Nein! Scheiße! Scheiße! Schon wieder der Jimkua Er mit dem Also hier hat man das Bild erinnert Damn you Woa 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 was geht denn ab? 1.30.15 Ja ich glaub das mit ein schneller Stern von den Feinden Das ist das Mit dem könnte ich mich echt anfreunden und so Aber nicht da rum So haben wir nicht so schönes Was ist das? Oh, fettes Teil und so. Er kommt. Ah, scheiße! Nein! Verdammt. Immer noch die Waffen ist besser. Er weiß nicht genau so. Okay. Ähm, 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 wenn er mich auskennen würde. Ja. Oh, noch ein Moment da. Ich geh jetzt mal runter. Ach, da komm ich wieder nicht rauf. So, jetzt geh ich aber hinten rum. Ja, das ist, das ist eine Schusslinie. Ja, das ist eine Schusslinie. Na kommts, na kommts. Ja genau, jetzt wirft er mir das Schusspack wieder her. Jawoll! Ich weiß, das ist zwar jetzt ein bisschen fieses Camping, aber das kann man auf der Map sowieso nicht anders machen. Ja. Alter, da geht's ab, ey. Okay. Na kommts, du musst hat's denn. Oh, ich bin sogar der Sportleader. Gehen wir mal Befehle da. Ja, gut, Leute. Ja, super, toll. Genau in dem Moment, wo ich mir denkst. Schau, jetzt gehen wir mal mit gutem Beispiel voran, ja. Dann BOOM! Ah. Ach, scheiße. Ähm. Da kann man an, ich kann's mal ja. Kommander ist eh online, das heißt, der macht ja seinen Job ziemlich gut. Oh, die Verruf wurde gerade abgeworfen. Oh, entschuldige, entschuldige. Voll, Digga. Ich muss sagen, bin ich so schlechter Schütze, dass ich sowieso nichts triff. Ah, fuck! Wo? Was? Ah. Oh, danke, 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 danke. Zuck, 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 zuck. Das ist nur die Frage, kill ihn mit mir in der Klima oder unsere Teamkamera? Ah, fuck! Schütze. Er ist sicher mit Klima, hat's leckt, gerade. Aber vielleicht ist Klima, haben nicht einmal gerade das Beste, weil man die eigenen Teamkollegen da killt sich damit. Oh, oh, okay. Nein! 外 wo viele Bonus. Sehr glatt. Ah! Mal! Wie die Beliebenden, hat man eher kann! direkt ins gefecht wird man am besten nie starten wirst ein das ist ja schon wieder unten schutznikau sich aus für mich überhaupt nicht Aber wenigstens die ist die Runden weg, der. Schaut's aus. 8.30, 121, naja. Geht so abwegs, aber eben, wenn man's von unten, dann kann man... Oh, fuck. Oder so. Scheiße, scheiße, scheiße. Äh, Sanitäter. Fuck! Okay, 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 okay. Äh, ihr habt's die Verpacken und so weiter, habt's ihr nicht zufällig. Irgendwo da wegen der Fernseherz, gell? Ja, lauft's mal nicht über die Feuerlinie, echt, ey. Oh, Gott. Vorwärts, vorwärts, auf. Scheiße. Äh, lauft's wieder vorbei, doch, hätt ich einmal. Äh, kein Klima, nicht. Geht da, woher mal. Nein! Oh, du Penner! So ein Idiote. Oh, fuck, 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 au. Ja, danke. Was, was ist? HZ, HZ. Nein, was zum Öl, was ist das denn, die Verwarte war? Seine Scheiße. Oh, oh, gleich zu die. Gleich zu die, die verteidigen. Oh, fuck, was? Danke, danke. Es hat echt so eine Noobse. So, jetzt kenne ich mich wieder nicht aus, da oben, so. Oh, fuck, fuck. Ja, jetzt bin ich der Noob gewesen. Scheiße, oh, wieder mal lebt worden. Oh, fuck. Endlich sind wir gewungen. Ja. Alles klar. Leute, danke fürs Zuschauen und viel Spaß. Tschüss. . Tschüss. ... Vielen Dank.